da oben der kreis wie geht denn so ein vogel denn habe ich nicht gekriegt weil hier dieses ding hier davor ist dieses von der handyhülle konnte nichts sehen kann er gerade erst dabei die ganze zeit zu sehen war karte kann ja gut er hätte sich noch blau ja meine mutter meinte glaube ich die kinder unten vor der tür stehen die vögel kamen so schnell ich konnte sie nicht kriegen weiß ich was das war ein wanderfall gewesen hinten ist der blaue hebel sehe ich so das ist auch gerade erst gekommen der kreis der kreis doch gerade erst gekommen aber wenn es mehr trüb wird das ist im kreis öfter vorhin sassen kreis auch gar nicht als herausgeschaut nach oben sieht man jetzt erst was bedeutet dieser kreis ist ein gutes segen der freund ist der hebel wird schon trüb das ist schon ein zeichen für gewitterter mittag ich muss doch mal machen das war nicht richtig kommt man den kreis anschauen da oben aber der kreis wo wir gucken ja 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 ja